Vier Fahrer, eine Strecke. In Mürgdalenvoss in Norwegen ging nun das Finale des Ski-Cross-Weltcups über die Bühne. Nach spannenden Rennen darf sich die Schwedin Anna Holmlund über die Goldmedaille freuen. Die beiden Österreicherinnen Andrea Limbacher und Katrin Ofner müssen sich schon nach dem ersten Lauf verabschieden. Bei den Männern sind natürlich alle Augen auf den Tiroler Andi Matt gerichtet. Und der kann das Ganze recht entspannt angehen, steht er doch bereits vor dem Rennen als Ski-Cross-Weltcupsieger fest. Seiner konstant guten Leistung zum Dank darf er die begehrte Kristallkugel nun sein Eigen nennen. Zur Feier des Tages verlosen wir ein Ski-Wochenende der besonderen Art mit Andi Matt und den restlichen ÖSV-Stars. Das bedeutet An- und Rückreise von Wien ins Mölltal inklusive Nächtigung, ein Meet & Greet mit Trainer und Team und eine exklusive Trainingseinheit am Mölltaler Gletscher mit unseren Ski-Cross-Profis. Der eine oder andere Insider-Tipp von den Fahrern höchstpersönlich ist da garantiert. Einfach auf stadtreport.puls4.com klicken und mit etwas Glück einmal zwei Plätze gewinnen.